Ja, liebe Freunde, heute geht es um die P90 Death by Kitty. Ja, und dazu muss ich als öfters sagen, vielen Dank an Lisa, die mir diesen Skin ausgeliehen hat, weil ich bin eigentlich nicht so der P90-Typ, denn ich verfluche die P90 eigentlich immer. Und ich finde aber diesen Skin einfach nur so wunderbar schön für die P90. Falls ihr seht, das ist so in dem Graffiti-Style, ja? Und falls ihr das mögt, auf jeden Fall ist es diese Waffe wert. Und ich werde sie mir wahrscheinlich auch noch selber holen, obwohl ich eigentlich nicht so der P90-Spieler bin. Wie gesagt, hier gezeigt, in Minimal-Ware kostet mittlerweile 20 Euro. Und die Stat-Track-Variante in Minimal kostet immerhin noch 90 Euro. Und ist von der eSport 2013 Collection. Also wie ihr merkt, schon ein sehr, sehr altes Skin, einer der ersten. Und natürlich deshalb auch ein bisschen teurer. Und also nochmal vielen Dank an Lisa, die mir den Skin ausgeliehen hat. Also wie gesagt, falls ihr gerne P90 spielt und so auf Graffiti steht, würde ich euch diesen Skin auf jeden Fall empfehlen, Leute. Das ist ein wunderschönes Skin hier auch nochmal zu sehen. Mit so, klar, manchmal sind Totenköpfe drauf, aber mal lieber ihn drüber sehen. Und es ist einfach, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich liebe ihn einfach. Ich weiß nicht, ich... Wie gesagt, diesmal nicht eine Stat-Track-Variante. Aber auf jeden Fall, die Kaufempfehlung ist auf jeden Fall da, falls ihr P90 spielen, wollt uns so auf dieses Graffiti-Gedönse draufsteht. Und falls ihr nicht draufsteht, es gibt noch, klar, andere P90s, die jetzt nicht, ich sag mal so, im Preis steigen, natürlich. Und, ähm, also eine Kaufempfehlung ist auf jeden Fall da, liebe Leute, ja. Und, ähm, wie viele Punkte ich denn vergeben würde, ja. Also, ich würde der P90 Death by Kitty, würde ich etwa, etwa auch so dreieinhalb, ne, ich würde schon eher vier, äh, vier Sterne geben. Also auf gleichem Level wie die Dragon King. Ich würde sagen, denn sie ist etwa auch so auf dem gleichen Niveau mit sehr, 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 sehr vielen Farben. Sehr, äh, farbenintensiv. Und, dann würde ich sagen, was auch wieder dieses Mal mit dem, äh, Video. Und, äh, sag ich einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.